ARD Text im Auftrag von Funk Leute, die von hinten kommen, haß ich Pfff 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 P P zi P P Wissen und Shorty P P Ärger genau es kommt am Arsch der Welt ha 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 er wurde richtig die Ehre genommen wie die Fortnite Kinder sagen würden da kommt wohl ich meine Auge eine Auge nein da werde ich zum Radieschen was macht der Download von Farlight die 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 es los warum nicht in die zähne drin geblieben was aber gibt du gleich was wehtut wenn das unsere tut mit neun prozent leben noch ja wusste ich dass es nicht schafft ja war die schüttel also ich mache mit einem minister krebs und kaufe mir wieder nichts und klau mir dann wieder die wachen von der team die beste taktik die die machen gar nicht was machte jetzt jetzt erledigt ich habe versprochen Prozent woher gemacht die Augen auf und die was so weiter auf ich habe euch das wohl nicht zu sein nä Nööö Wir können nicht schießen, wir können nicht schießen Immerhin gewonnen, jaubah wenn die haben ich mit einer granate in die luft gesprengt was für miese leute normal aber die gammeln auch immer am selben punkt oh direkt bei uns oben unten wie zum fikt hält das aus danke wenn wohl nicht mehr und erst tot hier müssen sie haben wollen ja habe ich oder eine krone hast du eine krone und zum die krone da links gegner lehnt uns gegner gegner ist der noch da oder was scheint ja der ist da oben das war es ist er tot ja ich habe einen richtig guten sniperschuss hingekriegt na das soll ich gerade machen ja ich muss dass man es nicht mehr aufsammeln ja ich hatte eine idee und ausführung man schneller eine idee waren wir gleich schnell das ausführung war schneller das war das was im endeffekt zählt ja wo bist denn du schon wieder irgendwo in minuten der ludgeier mal wieder hier da unten noch alles nehmen ja ja alles gut nein das ist alles gut in den tals sortieren mal wieder und dann back to the zone gold mit sturmgewehr ich nicht ich hab schon eins ja das gegner dann suchen wir den rossi ob wir den noch einholen da oben wo du jetzt gerade hochläufst sind war gegner also da oben wieder kein einzeln noch da und sehr schön weg wir müssen noch weiter wegen der zonen können wir darunter springen mit dem wind unterrutschen auch von uns wird gefeiert erst auf den hügel und dann feiten rossi erst auf den hügel und dann feiten rossi sich das nicht richtig also immer sollte Komm schon an der der ist fast fuck und back to the zone jeder rettet seine eigene haut genau so sieht es aus jetzt ist er schon wieder da gleich weiter kann ich helfen geil ja erstes spiel mit dir und schon gibt es einen epischen so läuft das das war halt auch einfach ein leichtes spiel bin ich kann es ehrlich hast du so zu mir geklappt habe ich ja selten gesehen wie würdest du bis jetzt weg nein noch nicht achso ok hallo leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts Turnbeutel Hoodies und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles was ihr braucht alles was ihr braucht auch